Musik Wir sind hier am Flugplatz Lienz-Nikolsdorf, der im Moment Anlaufstelle ist für diverse Bundesheer-Hubschrauber, auch Polizeihubschrauber. Die Hubschrauber des österreichischen Bundesheeres und auch die Polizeihubschrauber sind hier zur Unterstützung für die Aufräumungsarbeiten nach den Unwettern der letzten Tage. Wir haben auch gebeten, dass sie den Flugplatz nützen können, weil es in der Kaserne aufgrund der Anzahl der Hubschrauber etwas eng wird mit Bedankung. Und wir unterstützen sie da natürlich selbstverständlich gerne. Es trudeln immer wieder die Polizei- und Bundesheer-Hubschrauber ein. Auch Flächenflugzeuge des Bundesheeres werden in Kürze hier vorbeischauen. Um zu vermeiden, dass sie in Lienz dauernd über die Wohngebiete in die Kaserne fliegen müssen, stellen wir hier natürlich den Flugplatz zur Verfügung. Musik